Wir freuen uns über Spenden. Die Möglichkeit dazu finden Sie im Text unseres Kanalimpressums. Empfehlen Sie uns weiter. Die Lesungen bleiben online verfügbar. Gute Unterhaltung. Die Generalin kam aus einer Nachmittagsgesellschaft, an der mehrere ausgezeichnete Persönlichkeiten teilgenommen hatten. Sie befand sich in gehobener Stimmung. Man war sehr freundlich gegen sie gewesen. Sehr hatte sie dringend aufgefordert, eine ihrer kleinen Novellen, wenn auch nur die kleinste, vorzulesen. Für ihr Leben gern wäre sie der Einladung gefolgt, trug jedoch gerade an dem Nachmittag nicht das geringste Manuskriptlein bei sich. Und so hatten die Gäste mit liebenswürdiger Resignation auf den Genuss verzichtet. Aber schon die Berücksichtigung, die dem bisher wenig aufgemunterten Talent der Generalin geschenkt worden, tat er unendlich wohl. Man lasse mich mit frühen Triumphen ungeschoren. Sie sind nicht selten die Vorboten späterer Niederlagen, dachte sie. Wer vermag sich von der im raschen glücklichen Schwung der Jugend erreichten Höhe noch höher emporzuschnellen? Meistens bleibt es bei dem glorreichen Anfang. Und was nachkommt, ist ein Sinken, wenn's nicht gar ein Stürzen ist. Da lobe ich mir mein bescheidenes Streben, das mich allerdings nicht auf die Höhe, aber doch auf eine Anhöhe geführt hat. Von den heitesten Vorstellungen umgaukelt, schreitet die große, schmächtige Dame rasch und rüstig dahin. Das gehen wird ihr heute so leicht, als ob die Trottoirs mit Kautschuk gepflastert wären. Herrliches Wetter, ein kernig kalter Märztag. Merklich früher steht schon die Sonne auf und geht merklich später schlafen. Oh, wie gern sieht der die Tage wachsen, dessen eigener Lebenstag sich bereits zur Neige gewendet hat. Die Generalin verschränkt behaglich die Hände in ihrem großen Muff. Ein, wenn auch nicht mehr modernes, doch sehr kostbares und gediegenes Garderobenstück. Und wandert wohlgemut dahin. Sie hat noch eine gute Strecke Weges vor sich, eilt aber nicht, schlendert vielmehr gemächlich weiter, sieht sich die Vorübergehenden an, möchte jedem bis auf den Grund der Seele schauen und den Armen, besonders solchen, die nicht betteln, schenkt sie etwas. Sie tut es trotz der Gewissensbisse, die sie dabei empfindet. Geld verschenken auf der Straße ist ein Unsinn und nationalökonomisch ein Verbrechen. Das ist der Generalin hundertmal und unwiderleglich bewiesen worden. Sie hat das Bewusstsein ihres Unrechts und begeht es dennoch. Das Mitleid, diese, wie in neuester Zeit festgestellt worden, verwerflichste Form des Egoismus, ist zu mächtig in ihr. Es überwältigt sie immer wieder von Neuem. Mit dem unvernünftigen Almosenspenden ist es aber auch eine so eigene Sache. Unendlich schwer wird diese üble Gewohnheit ablegen, der einmal ihre ganze Süßigkeit gekostet hat. Du gehst durch die Straßen der großen Stadt und wenn deine Augen nur offen sind, siehst du in kurzer Zeit das Elend in jeder denkbaren Gestalt. Von dem geistigen und moralischen Elend an, das hinter äußerem Glanz verborgen vorbeistolziert, bis herab zu dem Elend, das Hungernden, vom Tode schon gezeichneten Lasters. Und wenn es dich nun da plötzlich mitten heraus aus der rettungslosen Verkommenheit ansieht mit Augen, die von einer noch unschuldigen Seele erzählen oder von einer im schwersten Kampf geläuterten oder von einer noch hoffenden, noch ringenden und du antwortest ihrer scheuen Bitte und greifst in deinen Säcke, greifst ziemlich tief und reichst eine Gabe dar, welche den Armen auf das Äußerste überrascht. Oh, des wunderbaren Eindrucks oder stummen, seligen Frage. Das schenkst du mir? Du ganz fremder Mensch schenkst mir so viel? Und ein unvergesslicher Blick trifft den Wundertäter, der dem Kinde der Not für ganze Tage die Sorge aus dem Leben nimmt. Nun, dieses Staunen mit anzusehen, die Freude aufblitzen zu sehen auf dem Antlitz des Kummers, das ist Glück. Und wer es einige Male genossen hat und auf den Geschmack gekommen ist und sich's trotzdem aus Überzeugung und aus Tugend versagt, den nenne ich, so schloss der General in ihrer Betrachtung, einen Kato vom Standpunkt der Nationalökonomie. Sie selbst hat nicht das Zeug zu solcher Größe, überhaupt nicht. Am wenigsten aber dann, wenn sie sich durch und durch zufrieden fühlt und im Grunde jeden anderen bemitleidet, weil er schwerlich so gut dran sein kann wie sie, der arme Andere. Widerstandslos lässt sie ihrer Torheit den Zügel schließen, bis eine natürliche Grenze gesetzt wird und das Portemonnaie nichts mehr enthält als ihre Visitenkarte. Nach gerade ist es auch Zeit geworden, einen rascheren Schritt einzuschlagen, denn plötzlich hat der Wind sich scharf erhoben und jagt große Schneeflocken durch die Luft. Die gelblichen Flämmchen, die man in den Straßenlaternen wahrzunehmen beginnt, machen darauf aufmerksam, dass die Dunkelheit demnächst einbrechen wird und dass es ihnen nicht einfällt, sie daran zu hindern. Unter solchen Umständen hat die Nebenstraße des Wiener Grabens, in welche die Generalin eben einlenkt, etwas entschieden Unheimliches und die Dame wäre gar nicht böse gewesen, wieder draußen zu sein. So eilte sie denn ohne sich aufzuhalten an einer Bettlerin vorbei, die auf der steinernen Stufe vor einem geschlossenen Kaufladen saß und sich frierend in den Winkel der Mauer drückte. Der Schnee umwirbelte sie und zerrann auf ihrem tiefgebeugten Haupt, das von einem durchlöcherten Tuch bedeckt war. Ihre Knie hatte sie bis zur Brust heraufgezogen, der dünne Rock reichte kaum bis zu den Knöcheln, die Füße waren mit Fetzen umwickelt und Ruten fest alleneinander gepresst auf ein bisschen Stroh. Ein Ding, das früher ein Muff aus Hasenfell gewesen, jetzt aber nur noch eine zerfetzte Röhre aus Hasenhaut war, sollte den Händen zum Schutze dienen, versah sein Amt aber schlecht. Denn diese alten Hände kamen an manchen Stellen verkältet, zitternd zum Vorschein und man sah es ihnen wohl an, wie hart sie gearbeitet, bevor sie zu unerwünschter und unerquicklicher Ruhe in den Schoß gelegt wurden. Die Generalin war schon ein Stück Weges weitergegangen, als sie die ganze Kräglichkeit des im raschen vorüberschreitenden empfangenen Eindrucks vor die Seele trat. Sie kehrte zu der Alten zurück, blieb eine Weile vor ihr stehen, verfolgte mit immer trauriger werdenden Blicken die seltsam zuckenden Bewegungen des zusammengekrümmten Körpers und sagte endlich, »Es ist spät, liebe Frau. Gehen Sie doch nach Hause.« Und das Weib blickte empor und erwiderte, sie müsse auf ihre Tochter warten, die erst in einer Stunde von der Arbeit kommen und sie abholen werde. »In einer Stunde«, dachte die Generalin, »und die Alte macht jetzt schon so verdächtig schläfrige Augen. Die ist imstande und erfriert bei drei Grad Wärme. Was anfangen? Was anfangen, du lieber Gott!« »Ein Wachmann, den man rufen und bitten könnte, auf die Arme Acht zu geben, ist nicht in der Nähe. Und wäre er es? Die Generalin würde sich genieren, in der Roman zu sprechen. Die Leute schauen einen bei derartigen Zumutungen meist zu kurios an. Und noch länger dastehen und die Bettlerin betrachten, das hat auch keinen Sinn. Überdies beginnt die Alte beunruhigt zu werden und fragt sich mit Angst, was denn diese Person will, die sich davor ja aufgepflanzt hat und ihr nichts schenkt. Geh'n's weg! Geh'n's weiter! Und die Bangigkeit, das Misstrauen, die sich dabei in ihren Minen kundgeben, versetzen die Generalin in eine große Verwirrung. Es kommt ja auch vor, als ob die Vorübergehenden in sonderbarer Weise nach ihr schielten. Die Situation wird immer peinlicher. Und in der Verlegenheit, in der Ratlosigkeit, in dem dringenden Wunsch, sich einen anständigen Rückzug zu sichern, legt die Dame plötzlich ihren Muff der Alten auf die Knie. Ich hab' kein Geld, aber nehmen Sie das und wärmen Sie sich. Oh Jesus, oh Jesus! Das Weib bringt anfangs nur diese Worte heraus, aber als sie aus der ersten Verzückung zu sich kommt, lässt sie auch eine Beretsamkeit los, die mit lautem Geschrei und dem Platzregen von Segnungen und Wonnen vom Himmel herunter auf das Haupt der edlen Spenderin beschwört. Die Generalin entflieht so schnell sie kann, dem Wortschwall und den Lobpreisungen, die ihr noch von Weitem nachgerufen werden, und langt kurze Zeit später glücklich daheim an. So ganz wohl zumute ist ihr nicht. Sie besinnt sich, dass sie ihr Portemonnaie in dem verschenkten Muff gelassen hat und ärgert sich auch im Voraus über das Verhör, dem sie der beiden Dinge wegen von der Kammerfrau unterzogen werden wird. Die Kammerfrau ist es auch, die auf ihr Schellen öffnet und sie mit der Nachricht begrüßt. Der Herr General sind schon lange zu Hause. Da gehe ich gleich zu ihm hinüber, antwortete die Gebieterin, gibt rasch Hut und Mantel ab und tritt in das Zimmer ihres Mannes. Der alte Herr erhebt sich beim Erscheinen der alten Frau. Er ist um ein kleines bisschen kleiner als sie, hat aber etwas ungemein energisches, Gang und Haltung verraten den ehemaligen Kavalleristen. Na kommst du endlich! Hat heute wieder ganz schön lang gedauert, die Urschlerei. Mit diesem Namen pflegt der General die Gesellschaft zur Bezeichnung, die lediglich aus Damen besteht. Es waren auch Herren da. Na, bennehe der Sinn ist, murmelte der Gatte und zieht den Tisch, auf dem eine Patience aufgelegt ist, zurück, damit seine Frau auf dem Sofa Platz nehmen könne. Er setzte sich ihr gegenüber, stemmt die linke Faust auf den Schenkel und die rechte auf den Tisch und betrachtet die Karten mit scharfen Feldherrnblicken. Ist wie der Boshaft. Ist ein rechter Bosnicke. Na, was das für ein Bosnicke ist! Auch die Generalin vertieft sich in die Betrachtung der Karten und sagt nach längerem Nachsinnen, Der Sechser geht. Wo ist der Sechser? Rechts in der zweiten Reihe. Der? Ja, ja, der, ja, ja, den, den lege ich nicht auf. Warum denn nicht? Will nicht. Schöner Grund. Warte für den schwarzen Fünfer. Deine schreckliche Methode. Auf die Art kann man die Patience nie ausgehen. Nie. Liebeskind, nimm's mir nicht übel. Du hast Unrecht. Hier handelt es sich nicht um das Einzelne, sondern um das Ganze. Wenn aber das Einzelne den Knotenpunkt des Ganzen bildet? Knotenpunkt! Wie du doch bist. Wie du doch kindisch bist. Liebe, ich hab allen Respekt vor deiner Schriftstellerei, aber von Knotenpunkten verstehst du nichts. Wer weiß, vielleicht doch. Warum sollte ich nicht im Grunde... Die Generalin sprach unsicher und zerstreut, ihre Wangen röteten sich leicht. Zu ihrem Schreckchen war die Kammerfrau hereingetreten und durchforschte das Zimmer mit spähenden Blicken und nahm von dem eifrigen Abwinken ihrer Herrin keine Notiz. Lass es gut sein, Adele. Lass es nur gut sein. Sagte diese endlich in einem Tone, in dem die dringende Bitte wie ein kühler Befehl klingen sollte. Und der General, der längst überlebten Mode huldigend, in Gegenwart der Dienstleute ein ihm nicht ganz geläufiges Idiom zu gebrauchen, fragte. Also, was ist los? Ich suche den Moff. Die gnädige Frau haben den Moff nicht mitgebracht. Und hier ist er auch nicht. Nun, wenn ich ihn nicht mitgebracht habe, kann er auch nicht hier sein. Gehen Sie nur, Adele. Der treuen Dienerin war diese wiederholte Abweisung ein Stich ins Herz und ihre tiefe Verletztheit äußerte sich in der Miene, mit der sie hervorstieß. Aber der Moff ist weg. Was Moff? Wer ist Moff? Der Große, der Schwarze, der Schöne Moff. Groß und Schwarz allerdings, aber schön. Dass er schön war, hat ihm wirklich schon lange niemand mehr nachsagen können. Mag er nun sein, wie er will? Da muss er sein. Man muss ihn halt wieder abholen. Die gnädige Frau haben ihn halt nähen lassen in der Gesellschaft, wo sie gewesen sind. Ich hab ihn dort nicht liegen lassen. Euer Gnaden haben das neulich auch gesagt, wie euer Gnaden aus dem Theater gekommen sind. Und wie ich gesagt habe, das Taschentuch ist nicht da. Und am anderen Tage hat's der Logenmeister gebracht. So, hat er's gebracht. Aber Adele, warum verschweigen Sie mir das? Dergleichen haben Sie sogleich zu melden. Wie soll ich's denn melden? Wann denn? Man darf ja nichts reden, weil ja die gnädige Frau immer dichtet beim Ankleiden. Die Generalin biss sich auf die Lippen. Es war ihr stets beschämend, wenn ihre Dienerin ihr die Schriftstellerei vorwarf. Der General runzelte die Stirn, richtete sich steif auf und sagte, Besorgen Sie jetzt den Tee. Adele entfernte sich mit dem Schritt einer gefangenen König, Königin, vor dem Wagen eines römischen Triumphators. Der General kreuzte die Arme, beugte sich, blickte seiner Frau in die Augen und fragte, Gottilde, was ist's mit dem Muff? Sie senkte den Kopf und nach einem um Vergebung bittenden Blick auf die Augen und sprach, Fritz, ich hab' ihn verschenkt. verschenkt. Hast du vergessen, dass er von meiner verstorbenen Tante herstammt? Fritz, ja, in dem Augenblick, in dem ich ihn verschenkte, hab' ich das vergessen. Dann wäre es zwecklos, dich jetzt daran zu erinnern, aber sagen will ich dir doch, Glutilde, ich hab' im Stillen seit langer Zeit auf den Muff spekuliert. Ich hätte mir gern einen Fußsack für meinen Jagdschlitten daraus machen lassen. Ich habe es dir aber verschwiegen als Delikatess. Das hab' ich getan, aber du, du aber! Mach mir keine Vorwürfe, Bester, ich bin genug gestraft. Sie war's. Er sah es deutlich ausgesprochen auf ihrem Antlitz, in dem er seit vierzig Jahren zu lesen gewohnt war und so erfüllte er den großmütig ihre Bitte und fragte nur mild. Ich möchte aber wissen, an wen du ihn verschenkt hast. An eine kreisige, lieber Fritz, eine unglückliche, hilflose, die vielleicht erfroren wäre ohne ihn. Und für die der alte Muff eine Wohltat ist, die vorhalten wird bis ans Ende ihrer Tage. Ein wahres Lebensgut. So verzeiht den Bester Mann, und wenn du mir noch etwas zu Liebe tun willst. Clodilde ging aus ihrer elegischen Weise in eine muntere über, griff nach der Hand ihres Mannes, zog sie rasch an sich und drückte bevor er es wehren konnte einen Kuss darauf. So leg den Sex aus. Seufzend fügte sich der General dem Wunsche seiner Frau. Aber es geschah zum Unheil, denn wie die scharfsinnigen Kombinationen, die er später anstellte, erwiesen, konnte die Passions vom Moment an, in dem die verhängnisvolle Karte ausgelegt worden war, nicht mehr gelingen. Denn Mann verstimmte das ein wenig, für die Frau gab es an dem Tage nichts, das imstande gewesen wäre, ihre Heiterkeit zu stören. Und als sie zur Ruhe gegangen war und die Augen schloss, da schwebte das Bild eines welken greisen Gesichts von heller Freude verklärt vor ihr empor und sie schlief ein, gewiegt von Empfindungen, um die die Landgräfin Elisabeth von Thüringen Ursache gehabt hätte, sie zu beneiden. Am nächsten Morgen würde die Generalin ihres gestrigen kleinen Abenteuers nicht mehr gedacht haben, ohne die schroffe Einsilbigkeit, die Adele der Herrin gegenüber beachtete. Das wird nicht gut, dachte diese, wird nicht gut, bevor ein umfassendes Geständnis abgelegt ist. Und ich bin es ihr ja schuldig, habe ich doch eigenmächtig über einen Gegenstand verfügt, auf den sie sich durch ihre Treue Hut, in der sie in mehr als ein Menschenalter hindurch gehalten, einigermaßen Rechte erworben hat. Die Generalin war eben im Begriff ihre Beichte zu beginnen, als die Hausglocke mit unerhörter Heftigkeit in Bewegung gesetzt ertönte. Man hörte die Tür öffnen und zuschlagen und aus dem Vorzimmer herüber gelte Weibergeschrei kreischend durchdringend. Der Generalin war die Stimme, wie er schien, nicht ganz fremd. Dazwischen donnerte ein ihr unbekannter kräftiger Pass. Einige bange Sekunden, dann sagte die Gebieterin, Sehen Sie doch nach, was es gibt, Adele. Aber bevor Adele, bei der sich zugleich mit akuter Stummheit auch immer Schwerhörigkeit einstellte, dem Wunsch in Nachkommen war, trat der General ein, in aller Gottes Frühe schon sorgfältig gekleidet, stramm militärisch. Seine Brauen waren zusammengezogen, sein Adlergesicht hatte einen drohenden Ausdruck. Schau, ins Vorzimmer. Mit versagendem Atem von unbestimmten, aber schrecklichen Ahnungen erfüllt, ging sie ins Vorzimmer. Da stand das Unheil in zweifacher Gestalt. In Lärmender, der der Bettlerin von gestern, in Würde voll Stummer, der eines ungeheuer langen, pfahlgeraden Wachmannes, der den Muff und das Portemonnaie der Generalin in seinen Händen hielt. Der Diener, die Dienerin des Stubenmädchen waren auch zur Stelle ohne Zweifel einem unbewussten künstlerischen Triebe gehorchend, um das Tableau durch Ausfüllung des Hintergrundes zu vervollständigen. Sobald die Generalin sich zeigte, wurde sie von dem alten Weibe mit Ohren zerreißendem Siegesgeschrei begrüßt. Da ist sie, da ist sie ja, jetzt können sie selber fragen, rief die Bettlerin dem Wachmann zu, stürzte der Generalin entgegen und fasste sie beim Arm. Und Sie, Sie sagen ihm es jetzt gleich auf der Stell, bin ich eine Diebin? Hab ich gestohlen? Haben Sie mir die verdammte Grenadiermützen geschenkt oder nicht? Geschenkt? Jawohl, ganz gewiss. Ich habe der armen Frau diesen Muff geschenkt. Haben Eure Exzellenzie auch dieses Portemonnaie geschenkt? fragte der Wachmann und hob das vermeinte Korpus Delikti in die Höhe. Eigentlich nein, eigentlich habe ich vergessen, es aus dem Muff zu nehmen, lautete die Antwort, die der Diener der Gerechtigkeit mit dem frohlockenden Ausruf begrüßte, und sie hat's ausgeleert. Die Alte stieß ein Hohngelächter hervor und die Generalin rief, nein, nein, es war schon leer. Leer? Das Portemonnaie Eurer Exzellenz leer? versetzte der Wachmann mit leisem, ehrerbietigem Zweifel. Bis auf eine Visitenkarte, ja. Der Wachmann ist betroffen und die Bettlerin bricht in eine leidenschaftlich wilde Anklage gegen ihn aus, aber auch die Generalin bleibt nicht verschont. Ich hab nix gesteuen, aber mir kann's was gesteuen werden. Innere Wohltaten, auf Polizei haben's mir innere Wohltaten geführt. 65 bin ich alt, aber das ist mir noch nie geschehen, dass ich eine ganze Nacht auf der Polizei hätte übernachten müssen, mit aller haben Gesindel, wenn der Herr Kommissar mich nicht kennt hat, weil er mal Kohlen bei ihm getragen hat. Ich sitze noch und kann sitzen, bis die gnädige Frau ihre Vorladung kriegt. Meine Vorladung? Ja, ganz natürlich, zur Konfrontierung, weil er mich kennt und der gnädigen Frau und ihren Herren auch, hat er mich hergelassen mit dem Wachmann. Gesessen bin ich doch. Und was meine Tochter mir gesagt haben, wie es gekommen ist gestern, ob mich nicht gefunden hat auf meinem Platz, was die sich mir gedacht haben, das hören steht mir noch aus. Sie wurde weich, ein Tränenstrom ran über ihre Wangen. Ach ja, ihre Tochter, ihre Tochter müssen sie mir jedenfalls bringen, damit ich mich bei ihr entschuldigen kann. Entschuldigen war schon recht, aber mit dem Entschuldigen allein ich würde es nicht tun. Da werden wir um ein bisschen Nachlass bitten, um ein bisschen Schmerzensgeld für die ausgestandenen Wohltaten, meine Tochter und ich. Die Generalin freute sich, die Bekanntschaft der Tochter zu machen und entließ unter Assistenz des Generals, der sich von dem Stand der Verhandlungen zu überzeugen kam, den Wachmann und die Bettlerin. Nicht unbeschenkt, wie sich von selbst versteht, das Weib nahm Dank bei alle gespendeten Gaben an, nur den Muff wollte sie sich nicht aufnötigen lassen. schmerzen. Den schmerzen Bären können sie wie anderen anhängen. Ich hab nur von ihm. Nun, liebe, sagte eine Stunde darauf der General zu seiner Frau, die er in ihrem Zimmer aufsuchte und recht traurig fand. Sie nickte ihm zu. Was, lieber Fritz? Ich werde von nun an ein schärferes Auge auf dich haben, Gattin. Sonst kommst du mir noch einmal mit einem entzweigeschnittenen Mantel nach Haus wie der heilige Martin. Martin? Sei ruhig, den nehme ich mir nicht zum Muster. Gott sei Lob und Dank. Ich brauche also nicht zu fürchten, dass du ihm die Mantelteilung nachmachst. Gewiss nicht. Diese Tat war mir immer rätselhaft. Ich hoffe, der Heilige hat vorher schon seinen Wams verschenkt. Sonst schien es mir unbegreiflich, dass er einem armen Unglücklichen nicht einmal einen ganzen Mantel gegönnt haben sollte. Du bist unverbesserlich, Gattin. Gott Lob.